Hallo, willkommen in unserer Tankstelle. Und wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Wir haben wahnsinnig viele davon. Wir werden jetzt erstmal hier alles ein bisschen aufwerten. Jetzt wahrscheinlich war das ein Downgrade. Egal. Es ist Nacht, man hat ja eh nichts zu tun. Zwei Schläge, das ist so toll. Im Gegensatz zu vorher, drei Schläge. Oh, da war noch irgendwo was kaputt. Was? Die Nachbarn freuen sich. Wir haben hier keine Nachbarn mehr. Alle Nachbarn, die wir haben, sind untot. Und wenn die was wollen, dann kriegen die einfach mal einen Pfeil zwischen die Augen oder so. Mal gucken. Je nachdem, was man gerade so hat. Oder wenn es keine Pfeile sind. Immer mal kurz 100 Stück. Oh, halt, halt, halt. Stopp, 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 stopp. Ich hab ja hier noch. Okay, Moment. Wir müssen mal eben die Form kopieren. Kommt da einer hin? Da geht nicht. Oh, oh, oh. Halt, halt, halt. Falsches Equipment. Krieg ich den da? Nee, krieg ich nicht. Ich hab's mir gedacht, dass ich die hier noch wegmachen muss. Gibt ein bisschen Metall. Macht ja auch nichts. So, für heute geht's ganz gut. Treffe gerade den bei Vorbereitung für morgen. Uh, stimmt. Na dann. Brust schaffen. Und ich drück dir für morgen die Daumen. So. Huch, hab ich den vergessen? So, okay. Für mich ist es meine größte Erleichterung, wenn man von Bogen auf Armbrust wechseln kann. Wirklich? Ist die so viel besser? Da kenne ich mich nicht aus. Ich bin halt im Moment noch, ich meine nur im Moment noch, der Bogentyp. Ich glaube, ich muss mal eben gleich das hier wegräumen. Oh, das einmal raus. Ah, nee. Das auch einmal raus. Mittlerweile kann man das Ding wiederverwenden. Sonst haben sie das immer wieder auseinandergenommen, ne? War doch so. Und dann muss das da hin, weil hier kommt jetzt die Wand. Halt. Und man kann Scope auf die Armbrust schrauben. Okay, das ist natürlich auch ziemlich nice. Du weißt, dass ich morgen ins Moor will? Was? Was willst du denn da machen? Moorsoldaten spielen. Die Bogenmechanik in dem Spiel ist die Hölle, finde ich. Gicht incoming. Okay. Gut. Jeder kann, wie er kann und möchte, ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich die Armbrust noch nie ausprobiert. Was sich das bisher einfach nicht ergeben hat. Aha, also doch. Mal gucken. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Das machen wir erstmal fest. Das ist ich mittlerweile schon wieder an... Oh, halt. Hier müssen noch Truhen drauf. Aber hier können wir schon mal zumachen. Und hinter der Schmiede. Schmelze. Und dann muss ich mir noch überlegen... Was für eine Rüstung wir uns eigentlich machen. Da habe ich ja noch gar keine Ahnung von. Die müssen wir dann natürlich nochmal hochnehmen. Aber bis dahin... Warte. Ich glaube, der Rest wird in Kisten. Mal gucken. Äh... Sechs Stück. So. Das sagt... Können wir erstmal das wieder reintun. Das wieder reintun. Sehr cool. Gut, das ist... Da-da-da-da-da. So. Das muss warten. Oh. Oh. Das ging schnell. So. Hoffe ich, reicht erstmal eine Weile. Moorwanderung. Uh. Aggressive Moorhühner. Oh mein Gott. Moorhühner. Langes her. Oh mein Gott. Ja. Gut. Ich denke... Wir können das erstmal so lassen. Klein. Hübsch. Und fein. Alles andere müssen wir gucken. Das behalten wir mal. Ich... packt das erstmal hier rein. Das auch. Das brauchen wir aktuell nicht. Das kommt runter. Halt. Das kommt runter. Und dann brauchen wir ein bisschen Reparaturzeug später. Aber jetzt noch nicht. Vielleicht geben wir auch noch einmal Questen. Bevor es hier richtig los geht. Einfach damit wir noch ein bisschen so Zeug bekommen und äh... Ein paar Dinge tun können. Wir sind hier in Person Guest, ne? Find ich super das Ding. Das Wochenende war soweit gut. Das ist schön. Und da drüben, gerade nicht zu sehen, ist unser Loch. Ich hoffe, wir fallen nicht rein, wenn wir irgendwo Questen gehen. Das wäre sonst blöd. Kommt darauf an, wie du agieren wirst. Wenn du mehr auf Fernkampf willst, leichter rissives Kampf. Montur hoch. Ami stuff. Oder eher ran an die Müffler. Schwer. Eisen, Stahl und so weiter. Das heißt, wir bräuchten eigentlich beides. Weil innerhalb der Häuser gehe ich tatsächlich mehr in den Nahkampf. Da habe ich mein wunderschönes Messerchen hier. Ansonsten, klar, während des Blutmolnes eher Fernkampf. Das heißt, wir bräuchten tatsächlich beides. Bye. Ich will gar nicht, dass du es mir kochst. Okay. Beseitige Zombies? Beseitige Zombies? Beseitige Zombies? Ich habe Arbeit zu tun, wenn du nicht interessiert, deine Hände zu dir. Well, good luck. Wenn du die looks of it, you're going to need it. Ja, okay, doppeltes Nut, aber auch mehr Zombies, ne? Dann absolut die schwere Russie. Okay. Also Moment. Das ist unsere Russie. Dann ist ja das hier schon mal gar nicht so schlecht. Alles andere muss warten. Irgendwann müssen wir unseren Wald hier noch fällen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Jack Canadas Haus. So, hier ist unser Loch. Wir werden noch viel graben. Wir werden es vor dem zweiten Blutmund nicht schaffen. Macht aber nichts. Wir kriegen das hin. Oh, wir sollten vielleicht mal was essen. Laufen, essen und gleichzeitig Tee trinken funktioniert nicht. Aber ich will doch meinen Tee. Und weil wir die Müllabfuhr sind, müssen wir das uns irgendwann noch abholen. Nur nicht zwingt jetzt. Da waren wir schon drin. Aber nicht wegen Quest, sondern... Oh! Hallo! Selbstgebautes Gewehr, Quali 4. Wir haben aber schon eins mit Quali 5, also... Ja, ist ganz nett. Für den Nahkampf Baseballschläger ist für den Anfang was fein ist. Ein paar Nägel dran. Und Happy-Metzel. Ich gehe grundsätzlich auf Messer. Ich weiß auch nicht. Ich bin so Messer-Typ. Absoluter Messer-Typ. Von Anfang an schon. Ich habe ja mal so privat so ein bisschen gespielt. Zum Üben, ne? Oh! Ja, gut. So zum Üben halt ein bisschen. Und, äh... Messer ist absolut... Mein Favorit. Wir nehmen alles an Steine mit, was wir kriegen können. Steine sind wichtig. Man könnte natürlich auch einmal ein komplettes Haus abbauen, ne? Das wäre natürlich auch witzig. Oder noch besser. Man baut die ganze Stadt ab. Hab ich mich gerade erschrocken, weil die Tür vor... Schon die ganze Zeit offen? Da müssen wir auch noch rein. Das gehört ja dazu. Verdammt. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Hallo? Lady? Bitte stillhalten. Danke. Ich habe meinen Fall kaputt gemacht. Meine Reihe. So. Wieder am besten klar kommst. Das Spiel haut dir so oft eine mit der Kamerschaufel. Man nehme alles, was man kriegen kann. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wie war das neulich? Letzte Woche. Wir waren einfach nur ganz harmlos. Am Graben von Löchern. Ja, wir haben halt nach den Dings gesucht. Und dann kommt einfach mal ne Meute Hunde und zerfleischt ein erst mal. So schnell konnte ich mich dann auch nicht wehren. Vielleicht waren sie sauer, weil wir deren Knochen ausgegraben haben. Ich weiß es nicht genau. Okay, jetzt können wir rein. Uh. Feuerwehrauto. Das holen wir uns auf den Rückweg. Oh, hallo. Hallo. Sehr cool. Ach komm, das nehme ich auseinander. Das brauchen wir nicht. Nicht von hier. Okay. Bist du eine Leder-Couch? Nein. Schade. Dahinter liegt wahrscheinlich einer. Man kennt's. Doch nicht. Doch nicht. Oh, hallo. Ups. Wenn du weißt, wo... Wenn du das Haus erkennst, weißt du, wo der End-Mail-Loot ist, hol dir zumindest den, bevor du... Das wäre natürlich auch eine Idee, dass man sich den zuerst holt. Klar. Das Blöde ist, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Aber ja, die Tipps sind gut. Oder sie kommen aus dem Schrank. Oh ja, der Schrank. Ich liebe es, wenn man die nicht getriggert hat und die dann einfach da stehen bleiben. Und das sieht, das erinnert immer so wirklich an diese Horrorhäuser oder diese, diese, ähm... Na? Diese amerikanischen, äh, hier... Häuser, wo die dann, äh... Wo du hingehst, um dich erschrecken zu lassen. Diese Dinger. Daran erinnert mich das immer wieder. Wo die dann einfach nur dahinter stehen, weißt du, irgendwelche... Irgendwelche, ähm, ähm, Schausteller, nicht Zusteller. Ähm, die dann einfach nur darauf warten, dass du vorbeikommst, nur um da hervorzuspringen und Buh zu machen. Ich lieb's. So, von hier kommt man da nicht ran, okay. Da ist zu. Dann. Von hier. Ah. Komm, Muni. Gib mir die Muni. Yeah. Gute Muni. Das Gute ist sehr, sehr gute Muni. Die brauchen wir. Ah, nein! Jetzt habe ich etwas gelesen, was ich gar nicht hätte lesen wollen. Verdammt. Weil das Buch hatte ich schon, hatte ich schon und ich wollte auch die Doppelten aufheben, Mann. Ach, ding. Ach, da, 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 da. Meinst du ein Spukhaus oder die Escape Room? Sehr genau. Genau die Dinger. Äh. Äh. Da ist entriegelt. Da ist entriegelt. Hier ist grad nix. Dieser Schnappschuss ist schön. Ich wollte schon sagen, ihr seid aber still. Ich glaube, ich muss mein Headset noch ein bisschen lauter. Ah, besser. Also wenn ich das so sehe, wenn du mal Verstärkung... Ah! Verstärkung brauche. Ja, mal schauen. Hat die Sau mich erschreckt. Mach doch sowas nicht. Noch ein Badezimmer? Da geht jemand, da geht jemand, da ist total nett, du. Hi. Hi. Musst du nicht gleich den Kopf verlieren. Oh. Ich weiß, den Witz hab ich letztes Mal schon gerissen, aber egal. Er ist immer wieder lustig. Nicht. Hier ist, äh... Hier ist ein Nixe. Hier ist ein Nixe. Ne. Da ist auch ein Nixe. Moment. Könnte aber was sein. Dahinter vielleicht. Gib mir Leder. Oh, kein Leder. Hi. Hm. Äh, muss ich jetzt da rüberspringen? Das schaff ich doch nicht. Ah! Oh Gott, wie hab ich das geschafft? Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Da komm ich so leicht nicht ran. Das sind... Da liegt noch einer. Und da hinten liegt eine Dame. Moment. Das ist selbe wie ein Phasmophobel, wenn du den Geist im Badklo vorstest. Oh, verortest. Ja klar ist, der sauer, wenn du hier am Tod stößt. Ja, ist so. Ups. Das hat nicht ganz geklappt. Okay, hat er es auch endlich gerafft. Huh. Hat er auch endlich gerafft, dass er nicht mehr alleine ist hier mit den anderen. Es tut mir ja leid. Ich weiß, er hat hier Privatparty und so. Aber nee. Gebt mir. Blut, 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 Blut. Ey. Noch mehr Moni. Sehr schön. Leider keine, die ich haben will. Äh. Das nehmen wir noch auseinander. Das können wir auseinander nehmen. Das können wir auseinander nehmen. Dann nehmen wir erst mal alles mit. Und gucken, was wir hier noch drin haben. Pannenlade. Ne, ist ein Kremlin? Also in der Lache hier? Man versteht mich nicht falsch. Ich mag die Kremlins. Oh Gott. Da waren so Dinge. Wir hatten damals als Plüschtier Gizmo. Und aus dem ersten Teil den mit der Pankerfrisur. Auch als Plüschtier. Und. Ich habe eine Zeit lang mit beiden zusammen. Also habe ich eine Zeit lang als Kind beide im Bett gehabt. Okay, da ist nix. Und jedes Mal lag am nächsten Morgen der Gizmo. Der Gute. Draußen. Äh, auf dem Boden. Und der Gute lag noch im Bett. Ah, der Böse lag noch im Bett. So rum. Der Böse ist irgendwann komplett verschwunden. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Ne. All das da hatten wir auch schon. Hallo, Herr Nacke. Zwei Nacke Dice. Wo sind wir hier? Am FKK-Stand? Muss Berlin sein. Weißt du, so Berliner Parks. Da passiert das auch öfter mal. Nur mit dem Unterschied. Da darfst du nicht mit dem Messer gegen. Hier sind wir super. Oh ja. Oh ja. Ich mochte den zweiten Teil. Der war super. Ich mochte den zweiten Teil. Mmh. Gut. Ich denke, wir können dann mal wieder langsam nach Hause schleichen. Wir haben alles. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hächel, hächel, hächel. Zum Glück sind hier überall die, äh, Zäune eingefallen. Das heißt, man muss nicht springen. sich da so ein bisschen mehl hinter zu pfeifen bringt absolut nix außer platz und ein ehemaliges bräunungsstudio haben ja ein bisschen sehr lange da drunter gelegen als es die haben hautkrebs im endstadium also was sollte man ja eigentlich keine witze machen es ist das es ist so heiß in dem spiel wir haben schon vater morgana ist auf der straße ich und moped ach bei der biker beim biker outfit hatte ich tatsächlich schon überlegt aber tatsächlich hatte ich überlegt ob ich eventuell das assassinen outfit oder schurken outfit nehme ich muss nur mal gucken was jetzt besser ist oder was wie irgendwelche ja welche auswirkungen das dann hat da muss ich noch gucken erstmal bringt unser zeug nach hause und alles was wir nicht brauchen kriegt unser guter freund da drüben übergeholfen wir werden ihn mit unserem zu mit unserem müll vollmüllen das ist okay es fällt in seiner müllbuchte eh nicht auf so bücher box mitis fernkampfschaden okay kann man sich eventuell aufheben für den blutmond nur für alle fälle so wait a minute genau du musst ja auch noch ein dann okay unsere federn sind voll so ein bisschen was kommt noch nach oben bei dem hier weiß ich noch nicht das verkaufen war weil schrotflinten kommen mir nicht in die tüte ach ist das schön wenn man wieder rennen kann ich meine man könnte noch einen zweiten es gibt halt kleidung die in den beiden extremen biome helfen wüste schnee im grünen biome freie auswahl wenn es doch mal kalt wird einfach einen mantel überschmeißen ja also von daher ich glaube wir machen einfach alle rüstungen vielleicht nicht unbedingt auf der höchsten quali und die höchste quali dann nur für das was wir dann wirklich tragen wollen mal gucken wir müssen sowieso gleich erstmal gucken was wir dann alles an material brauchen für die dinger und wenn regt uns noch irgendwelche materialien verkaufen kann wäre ich ihm sehr verbunden dafür wir nehmen die muni ist halt wichtig nahkampf 5.000 schittons helmig bot ist auch cool ackerbau paket aber auch geschmiede saugen raus und eisen auch gut scheiße ich brauchen würfel das geld ist auch immer gut eisen ist für später ganz gut wenn man sachen noch verstärken muss ackerbau die helm lichtmord für nachts ich glaube die konnte man auch selber bauen ne ok nimm mal dieser mecker heini wirklich ich mag ihn nicht er meckert mir zu viel schießpulver ganz viel davon reparaturkits erstmal nicht von ihm pflastersteine tausend stück für 300 ich hau mich weg ey vielleicht nehmen wir die noch mit die sind kohle geschmiedeter stahl weiß ich noch nicht im moment hat er kein zement das heißt für den zement würde ich mir das sogar noch aufheben wollen reisen könnte man jetzt praktisch auch abkaufen oder man geht hier mal lang fahrzeugrüstung weil die schütterung ist besser auf ich will dazu spoiler aber die schütterung sind die einzige quelle für eine essenzielle ist die man nicht abbauen kann alles klar ja klar essentiell man muss ja auch einkaufen gehen und alles ok ansonsten restliche muni davon und der rest kommt schon noch robotik wird auch noch lustig hello mr bala how are you today der wasserfilter ist halt wichtig ne der schmelztiegel auch oh gott der ist ja noch teurer ok also sprich hier sind wir erstmal so weit durch alles andere haben wir den ganzen kram weiß ich nicht sowas ist also eine mods sind auch eigentlich auch mal ganz praktisch ansonsten vollstrecker ok mit krawatte wie geil leichte rüstung sei leicht aus atmungsaktiven materialen die ordentlich was aushalten er hört den widerstand gegen kritische verletzungen vollständiger set bonus 44 44 munition verursacht mehr schaden und desert wird schalan schnell nach aha ja es gibt schon interessante sachen also dann müssen wir noch ein bisschen umprobieren die die kann man in der spiel einschmelzen und messing draus machen das zeug braucht man für patronen hülsen ja gut aber dann würde ich lieber die shuttons zum einkaufen nehmen und messing findet man so oder so noch genug also wenn ich bedenke ich habe immer mehr messing als alles andere in diesem spiel ok wir haben zu tun da kam was guck mal da biep 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 wenn wir schon mal unterwegs sind können wir ein paar ständchen mitnehmen du magst sie nicht aber belohnst sie mit dem mist ist so ne keine ausdauer ach mädel was kannst du eigentlich gut warum frage ich eigentlich der charakter ist ja anfangs immer zu blöd zum scheißen vor dieser location habe ich noch angst ich mag höhlen nicht besonders was meine ausdauer ich hab nicht so viel ich treff doch sonst nicht ah näher caverns tja also du bist du halt am anfang hart eingeschränkt was du skillen kannst ja das ist wohl wahr ich geb dir gleich biep biep ja du sagst es biep hi lalalala lalalala gib mir mal dein auto eigentlich ist man ja gar nicht hart eingeschränkt man hat die auswahl ist eher zu groß man kann sich halt nicht spezialisieren man muss halt auf alles gehen ich hab grad zwei dietriche gefunden wie geil vielleicht sollte man um den berg hier drum rum gehen und nicht oben drüber so was haben wir noch dann müssen wir schon wieder in die wüste die schmeißen die dinger überall ab nur nicht da wo man wohnt ne ähm lalalala lalalalalala lalalala lalalala ist doch bisher alles gut lalalala lalalala